Nun zeige ich euch noch den Mastwurf. Dafür habe ich wieder meinen Stamm und ein Seil. Ich nehme den Stamm, hier ist das lange Ende, umwickele ihn einmal, unten drunter ein zweites Mal und gehe von unten durch die Schlaufe durch. Wenn ihr das nun festzieht, sollte das so aussehen. Und nun habt ihr ein gutes Ende für euren Bund.